es wird heute wieder ein spannender tag das alles kommt mit der gute tropenschatz corona wie immer schlau stick der powerbank musikbox nur wollte voll fand noch ein bisschen frische luft und dann schauen wir einfach mal was der tag zu bringen seit dem letzten cut sind zwei stunden vergangen jetzt muss ich hier nur noch sicher runterkommen mit autobus fahren gleichzeitig die guten david treffen erst einmal besuche ich den rewe markt weil es noch eine gefühlte ewigkeit dauert bis darüber dass 30 minuten da muss ich verspulten sehen uns dann später wieder ich bin ziemlich schlecht im glocken wir sind zwar schon eine weile unterwegs aber damit dass man es der code und damit wartet die ganze zeit bei fuß ja ganz zeit scheiße das dauert viel zu lange warte haare fresh gestalt baby shop baby shop mut im wald geh komm vorbei komm vorbei das darf nicht sein 20 minuten zu spät wieder luft vorbei machen wir uns aufm weg guck mal ihr wisst scheiße man 4 minuten fußweg wo sind wir denn hier du getier der sieht dass da was mit der wald stimmt das ist nämlich wenn es noch täuscht ich sie es nicht haben dass die schweiz was ist das eigentlich für ein umzug normal hängt der schweiz dran in schlau weiß die stimmung ist gut der schweiz 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 du zum die man der schweiz Wir sind ein paar Kniegäste, wir sind ein paar Kniegäste, wir sind ein paar Kniegäste. Wir haben uns mal da draußen begeben, weil drinnen, das ist einfach nicht unser Ding. Oh, scheiße. Wir haben auch hier jetzt zu gehen. Ja, man, das Problem ist einfach, wir verstehen die Sprache nicht und wir dachten, wir haben fast noch zum Kniegäste in der Turnhalle. Wir müssen da nochmal rein, meine Berliner Luft ist da drin. Scheiße, sind wir dort nochmal rein. Das war jetzt vom Lagerfeuer schon verpasst, schade, Babelade. Man, das ist gar nicht, das ist halt diese Chance. Ah, da riesen Lava Lava und Schokolade. Babelade. Am Tag nach dem Klasseumzug. Was war das eigentlich für eine Veranstaltung? Oh, das ist doch scheiße, oder? Scheiße. Ja, meine Füße ist so arschkalt. Heute geht Party wieder. Ja, nicht wieder so eine Halle wie gestern. Heute wird richtig ein Umzug mit Feuerwerk. Alles klar, das seht ihr dann morgen im nächsten Block. Mein Gott, ich habe euch vergessen. Neu, die Güke. Also morgen im nächsten Block seht ihr dann. Richtigkeit der Party. Ob er heute seinen Wort hält. Gestern war echt ein Rheinfall mit der. Und die Hohle hat das. Hohle, die hat die ganze Zeit Stress gemacht, scheiße. Ey, da sind die Türen zu. Oh, ja. Klopf mal. Oh, ja, da kann ich die Türen aufwachen. Oh, Mist, ey. Scheiße. Das war ein Idiot.